hey hallo ihr lieben rizzo hier ich grüße euch das auto ist gepackt jetzt geht es gleich auf wieder nach konradsdorf wir machen heute ein dreh mit barbecue das heißt das wetter lädt natürlich dazu ein ein übelst blauer himmel draußen also fantastisch was will man mehr genau ja falls ich mal zu euch kommen sollte und man barbecue mit freunden oder vielleicht auch nur zu zweit wie ihr denkt ich möchte euch sagen ich bin für euch da ruft mich einfach an zögert nicht wir grillen mal was richtig tolles zusammen morgen zum beispiel habe ich im geflemmten lachs im prinzip auf der agenda stehen und mache mein caesar salad wie ich ihn kenne und ich würde mich freuen wenn ihr wieder dabei seid oder ruft mich ganz einfach an dann komme ich zu euch ich bin für euch da euer rizzo ciao